Ich bin ein Kind der Erde, man nennt mich Hoffnungserbe, mitten im Leben will ich sein, nur dafür bin ich hier. Hallo! Hallo! Wir sind Germain und Sonja und Olli. Genau, ist unser Projektleiter. Und wir wollen jetzt gerne nach Namibia fliegen, um ein extrem tolles Projekt dazu machen. Wir werden mit Kindern in einem Weisenhaus zusammen ein Musiktheaterprojekt gemeinsam gestalten und auffüllen. Genau, und das Tolle ist, wir bringen da nicht irgendwas mit und sagen, hier, das machen wir, sondern wir arbeiten so, dass wir die Kinder fragen, was interessiert euch, was sind eure Themen. Unter dem großen Motto Kind der Erde, es gibt so viele Kinder auf dieser Erde, viele Kinder, die es irgendwie schwer und hart getroffen hat. Und zu denen wollen wir gehen und ein gemeinsames Projekt machen und sagen, hey, was sind denn eure Geschichten, was wollt ihr erzählen? Ich war schon mal in Afrika, ich war zweimal in Südafrika und wir haben was Gemeinsames, wir waren nämlich beide schon in Nepal. Ganz viel mit meinem Verein unterstütze ich zum Beispiel Frauengefängnisse, Schulen, Kinderheime auf pädagogischer Art und Weise und mit Materialien. Also wir gehen dahin, wo es weh tut, wo es dem Land weh tut, wo Kultur nicht so hinkommt, wenn wir nicht kommen. Also ich arbeite sehr viel mit Straßenkindern, mit Kindern aus den Townships, aus der unteren Kaste, aus den Favelas, einfach da, wo es Kindern auch eher schlecht geht. Und es ist total schön mit so einem Projekt, den Kindern ein Lächeln aufs Gesicht und Strahlen und Funkeln in die Augen zu zaubern. Was wir beide bei unseren Projekten immer erleben, ist einfach diese unfassbar große Freude der Kinder. Wie die Kinder währenddessen aufblühen, vielleicht schüchterne Kinder immer mehr aus sich herauskommen. Am Ende, wenn es dann die gemeinsame Aufführung gibt, ist es einfach immer eine große Feier. Das geht natürlich am besten mit Unterstützung, moralischer, aber vor allen Dingen auch finanzieller Unterstützung. Insgesamt brauchen wir schon so 2000 Euro. Der Flug nach Namilia ist nicht ganz günstig. Und wie wir schon gesagt haben, unsere Vereine sind gemeinnützig, also wir erwirtschaften daraus nichts für uns, sondern wir möchten einfach unsere Freizeit nutzen, um den Kindern dort ein schönes Projekt zu liefern, mit ihnen das zu gestalten. Und damit wir das machen können, brauchen wir eben gerne eure finanzielle Unterstützung. Monit näher! Monit schönen! Wir brauchen euer Geld, um unser Projekt möglich zu machen. Bitte! Bitte! Ne? Also, ja. Bitte euer Geld, damit wir fliegen können, damit wir dort wohnen können, damit wir unsere Projektkosten decken können, damit wir Material anschaffen können, eventuell Musikinstrumente bauen können, ein bisschen Requisiten, Kostüme. Ihr könnt natürlich auch verfolgen, was wir machen. Wir sind auf Facebook aktiv und ihr könnt auf unseren Seiten schauen. Sonja hat eine Seite, ich habe auch eine Künstlerseite und unsere Seiten der Vereine. Überall, überall sind wir vernetzt. Das sind einfach total vernetzt. Und da werden wir euch dann immer updaten, was wir gerade so machen. Wir werden das Stück natürlich aufzeichnen und ihr könnt es euch angucken. Und ihr könnt euch sagen, hey, das strahlt in den Augen, was ich gerade bei den Kindern sehe, das habe ich mit unterstützt. Wir da haben euch jetzt schon mal ganz großen Dank dafür. Genau. Dankeschön! Und wir haben eine so rührende Geschichte erzählt, dass der Himmel anfängt zu weinen. Nein, nein, nein. Deswegen müssen wir jetzt leider gehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.